Gehen wir hier schon. Was ist los? Fuck, ich hack ihn weg, ich hack ihn weg. Ich hack ihn weg, was passiert? Ich hack ihn. Wie du hackst ihn. Was geht? Waffe? Wande? Herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen kleinen Video. Heute bin ich mal nicht wieder allein unterwegs. Ich habe euch versprochen, heute habe ich mir die beste Fortnite-Spielerin Deutschlands zur Seite geholt. Kelly, hallo? Kelly, miss es V-Log. Kelly, miss es V-Log. Weil geile Titan heute keine Zeit hatte. Was? Ja, geile Titan. Also geile Titan. Geile Titan, genau. Mann, ich muss nicht mal konzentrieren, ich bin ja meinen ersten Kaufamt-Titel. Kelly, kaufe gerade schon das, was wir heute machen. Wir wollen heute ein bisschen neuen Skins einweihen, Leute. Es gibt seit gestern das Fortnite-Battle-Royale-Starter-Paket. Mit beinhaltet sind 600 V-Bucks, ein abtrünniger Agenten-Outfit-Shizzle und noch ein extra Rucksack. Und ich als alter Sammelknabe von Fortnite muss mir das natürlich auch holen. Von daher kurzer Cut und wir sehen uns gleich wieder, nachdem ich mir das gekauft habe. Geil, Alter. Ey, geil, Alter. Ey, wir sind ein Team. Voll der Squad-Boys. Wir sind ein Team. Wow, wow, wow. Okay, machen wir bereit. Komm, dann spielen wir mal eine Runde. Dann beiden noch mal wunderbar. Okay. Komm, wir gehen schon mal raus. Du kannst raus spielen. Ah! Oh. Ah! Mann, sehe ich cool aus mit meinem geilen Spionen-Outfit. Wenn wir jetzt nix töten, ne? Ich habe richtig Angst, Alter. Wenn wir nix töten. Ja, dann wird es nicht so unangenehm. Oh! Oh! Wie soll ich da hochkommen? Oh! Jetzt muss ich wieder bauen, ne? Achso, ne. Hinter dir, hinter dir ist jemand. Ah! Bitch! You kidding me? Guck mal kurz, ob da noch jemand durch die Türe kommt. Ich probiere dich wieder zu beleben. Ne, der ist noch nicht tot. Ja, ich weiß es. Der liegt noch. Oh, du quälst den richtig. Ist normal. Warum nicht? Da ist der Mensch. Oh, Digga! Lass mich! Da ist der Kollege von ihm. Der ist tot. Haha! Der ist tot. Der ist tot. Oh, ne Knarre. Okay. Da ist noch jemand vor der Türe. Oh, okay. Oh. Ich habe vergessen, es funktioniert zu laufen. Ich bin so aufgeregt. Ist down. Oh. Schön gemacht. Ich nehme alle seine Sachen. Hier sind aber noch welche, ne? Musst du ein bisschen aufpassen. Oh. Das könnte nochmal ein bisschen schwieriger werden jetzt. So. Bist du bereit, Kenny? Wie mache ich jetzt meine neuen Bauskills? Weiß ich nicht. Aber du kannst erst mal das Paketchen hier nehmen, was da auf dem Boden liegt und dich dann... Ah! Ich war abgelenkt. Das ist so gemein. Ich musste in mein Inventar gucken. Du bist aber auch nur am verrecken hier. Das ist echt... Ja, ich weiß nicht, was los ist. Die kommen rein und sehen dich und wollen dich direkt umbringen. Ich weiß nicht, was... Ja, aber das ist vielleicht keine schlechte Strategie für uns, weil dann sehen wir nicht mehr dich, weißt du? Jetzt läufst du rein und dann werden direkt alle sterben. Und dann denken die so, haha, was für ein Noob. Und dann, äh... Weißt du, was ich meine? Genauso funktioniert es doch. Wie mache ich denn jetzt meine Karte jetzt hier wieder weg? Erstmal heilst du dich mit dem Paket, was da auf dem Boden lag vor dir. Das wäre echt eine super Idee. Achso. Ja, super. Guck mal, du siehst aus wie ein richtiger Pro-Gamer schon. Ja, vor allem, wenn ich so rumhüpfe, ne? Ja, toll. Ich habe zehnmal die gleiche Waffe aufgesammelt. Ja, dann... Jetzt drück mal F und dann kannst du sie wieder rausschmeißen. Ah ja, stimmt. Du hast ja jetzt alles... Wir haben Kelly, die einen kompletten Tasten neu belegt, Leute. Das ist jetzt ihre erste Runde, wo sie... Ja, eben. Bear with me, guys. Bear with me, guys. Oh my god. Fußball. Boom. Da hinten. Äh, das bewegt sich nicht. So, da. Achso. Hier ist es hier. Und dann kannst du so machen. Oh Gott. Ha, ich habe es dir weggemacht. Ha! Tor! Oh, ich habe ein Tor gemacht! Ja! Ja! Boah, ich kann sogar gleichzeitig drauf laufen. Guck mal. Okay. Next Level, ne? Guck mal, hallo! Genau, nicht so hoch. Sonst schießt uns jemand runter und dann haben wir Fall Damage. Das ist nicht gut. Achso. Wie mache ich das jetzt wieder weg? Mit Kuh, oder was? Nee, nee, das kann so bleiben. Ist alles gut. Oh, da hinten baut sich jemand bei Nordwesten, aber der läuft auch gerade da. Aber das ist mir so heikel. Ich shoote den weg. Nee, nee, nee. Auf keinen Fall schießen, auf keinen Fall schießen. Oh, okay. Auf keinen Fall. Wir gehen mal hier runter. Kommst du mit? Ah! Ich wurde angeschossen. Versucht anzuschießen. Von da. Quatsch. Ja komm, wir gehen runter hier erstmal. Ganz entspannt. Hier oben auf dem Berg ist auch was. Die hörst du schon schießen. Ja. Mal gucken, ob wir zu denen schon können. Dann können wir denen mal einen Besuch abstatten, weil da geht es gerade ab. Und dann haben die höchstwahrscheinlich weniger Leben. Ja. Spielen wir jetzt nur gegen Zweierteams eigentlich? Aha, cool. Alles immer nur Zweier. Oder halt noch einer, wenn da einer sei. Wie viele Spieler es da gibt, dass man immer direkt spielen kann? Sag mal, das ist ja der Wahnsinn. Ja, 20 Millionen sind momentan, glaube ich, bei Fortnite. Oha! Oha! Ich verstehe die, Joe. Ich verstehe die, Joe. Oh, hinter uns. Oh Gott, ich bin down. Ja. Oh shit, ja, ja. Ich hab's nicht gecheckt. Aber der, der komische, pinke Panda. Ach, du bist auch tot. Oh je, Mine. Ich hab nicht gecheckt, wo der war. Ich hab nicht gecheckt, dass da... Ja, auch nicht schlimm. Haben wir trotzdem. Aber ey, Top 20 haben wir locker geklärt. Also in den letzten 20. Jo, ohne irgendwas zu machen. Ja, Quatsch. Wir haben zwei Teams getötet. Weil mit mir zu spielen ist auch einfach nur ein Lucky Landing. Ui. 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 Ui, Leute. Das war kein Witz, das war faktisch. Help! Help! So, Dauerstoff, so ne Kacke. Bereit? Können wir neben mich? Ja. Nein, ich weiß nicht, was passiert. So, das Ding hier. Weißt du, was du machen kannst? Uuuuui! Den hier. Und dann kannst du nochmal fliegen. Digga, was? Genau. Guckt uns an, Bitches! Wir sind die kassesten Motherfuckers. Genau, und wenn du halt mal schnell in die Zone kommen musst, dann kannst du das immer noch benutzen. Genau, und jetzt können wir auch direkt in die... Achso, du läufst schon da rein. Genau, jetzt können wir auch direkt in die Stadt laufen halt. Achso, shit, ich laufe in die falsche Richtung. Du wirst auch damit springen können, ne? Mit dem Jumper jetzt einfach da rein. Achso, ah ja, dann spring ich jetzt hier. Jetzt läuft sie wieder zurück. So, okay. Bist du bereit? Ja, warte. Ich bin da. Und in die Richtung springt. Ich bin da. Wow. Geil. So cool. Dann kann man auch nochmal gucken, ob da irgendwie... Da sind voll viele! Wo? Wo? Genau vor uns. Äh, warte. Norden, 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 Norden. Norden sind viele? Ja, da waren locker zwei Stück, hab ich gesehen. Locker zwei Stück! Ah, da rechts, ja, da sind sie, ja. Genau, da laufen sie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Wow, Hilfe! Ich brauch absolute Hilfe. Das ist nicht gut. Oh nein. Das ist nicht gut, Kelly. Kelly, ich werd hingerichtet. Wo ist er? Bei mir, komm doch zu mir bitte! Komm zu mir bitte! Warte, ich versuche ihn zu schießen! Bitte komm einfach zu mir! Ich versuche... Okay, warte! Oh Heiliger Kent, auch bitte! Ich versuche auf ihn zu schießen! Oh Heiliger, was hast du denn gemacht da hinten? Oh oh. Ja, warte! Oh, okay, ich bin tot. Das war auch rüberäutig von mir. Ja, ich weiß nicht, ich hab auf den geschossen die ganze Zeit und dann hatte ich keine Munition mehr und dann, ich muss auf jeden Fall mehr Munition sammeln. Das war die, die wäre daraus. Ich hab mich die ganze Zeit gewundert wo du bist, ich hab so auf den geschossen, es kam nichts. Ich hab den von der Entfernung, ich hab den von der Entfernung angeschossen. Drei, zwei, eins, raus. Boom! Boom! Milk Bitch! Milk Bitch! Tilted Milk! Tilted Milk! Milk! Wenn Mütter einen Tilted Milk geben! Milk! Tilted Milk! Ja, wenn eine Frau eine Mutter wird, dann... Ey! Oh oh, Problem, Problem, Riesenproblem, 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 Riesenproblem! Die Sterbe! Der ist bei dir auf der gleichen Dings gelandet, ne? Oh Gott, oh Gott! Aua! Aua! I'm so sorry! Kelly, Kelly, Kelly! Ich hab nicht ne Waffe! Was soll ich tun? Ich brauch Hilfe! Bist du noch da? Nein, der tötet mich! Komm einfach schnell zu mir! Der schlägt mich tot! Okay, warte! Kelly! Kelly, komm runter! Kelly! Ich versuch's! Ich bin tot! Ich hab keine Ahnung, wie ich gestorben bin! Oh je, wie ne! Es gilt nicht! Wir müssen noch mal spielen! Ja, noch mal tiltet! Los! Kann ja nicht sein! Das war ja auch einfach Pech jetzt! Weißt du, was ich schon mein? Hey Bitches! Was geht los? Hey Bitches! Genau, wir gehen wieder hier rechts hin! Ah ja, auf dem Großen! Ja ja, da ist ja direkt ne süße Waffe wahr! Alles entspannt! Gehen wir hier schon mal! Was ist los? Fuck! Ich hack ihn weg! Ich hack ihn weg! Kein Problem! Ich hack ihn weg! Was passiert? Ich hack ihn! Wie du hackst ihn? Ich zerhack ihn! Warum hackst du einen? Darf man das nicht? Darf man das nicht? Ja eben! Nein! Oh, ich bin schon wieder niedergestreckt worden! Da! Rechts! Rechts! Nein! Nicht Michael! Achso, ich hab dich geheilt! Ich hab direkt angefangen dich zu heilen, du! Oh je, wie ne! Siehst du? Ich wollte ihn zerhacken! Das stimmt tatsächlich! Ich wollte ihn zerhacken! Was hab ich denn nicht gesehen? Komm, wir müssen nochmal! Das kann nicht sein! Ja klar! Diese Tilted-Aussätze! Unfassbar! Ich wollte ihn zerhacken! Zerhacken, ja! Please don't hack me! Scheiß auf Clickbait-Merch! Eh reduziert, Leute! Can you hack me? Can you hack me? Das neue coole Fortnite- Was ist denn, wenn ich Fortnite-Merch? Ich zerhack den Bus, dann kommen wir nirgendwo hin! Wer lädt hier die ganze Zeit nach? Ich bin Nuss! Ich bin hier runtergegangen! In den Tunnel noch! Ach, was vom Tunnel? Ah! Oh je! Ich bin... Ah, ich bin fast! Ah ja! Schieß mir noch in den Kopf! Danke! Nein! Ich dachte, der lässt mich am Leben! Oh mein Gott! Mach sie fertig! Mach sie fertig! Du schaffst es! Du schaffst es! Oh je, Mini! Oh je, Mini Kelly! Was ist denn das mit uns betiltet? Das ist ja eine Katastrophe mit uns beiden hier! Das ist echt schrecklich! Wir machen nie wieder Tilted! Bist du jetzt frisch Mutter geworden? Dann bist du ne miltige Stücke! Ach du heilige Scheiße! Was für ein Bus! Ich will jemanden abknallen! Hier, da ist der Bus! Da ist auch schon jemand an dem Bus! Der ist hier oben! Achso ja, dann flieg ich doch zu dem! Ja komm, wir gehen jetzt einfach mal direkt zu ihm! Hallo! Vielleicht... Schlag ihn! Schlag ihn! Schlag ihn! Das ist der Kill, den wir gebraucht haben! Achso, ich mach erstmal die Kiste auf! Nein, nein! Nicht die Kiste aufmachen! Das war ein Fehler! Ich versteck mich von deiner Kiste aufmachen! Guck mal, wir haben ihn sogar! Guck mal, wir haben ihn sogar! Guck mal, wir haben ihn sogar! Geil! Wir haben ihn sack! Wir sind die zack! Die Hacker! Wo ist er hin? Vielleicht hat er Schiss bekommen! Direkt vor uns! Hast du ihn erledigt? Ich hab keine Muni! Oder viel zu wenig Muni, ehrlich gesagt! Achso! Lass mich mal... Oh, ich hab auch keine Muni! Ich hab nur... Ja, der hat alles verschossen! Ich wollte gerade so... Lass mich mal schießen! Lass mich mal schießen! Die weg ist! Hat halt nicht funktioniert! Also den kriegt man schon, wenn der einmal... Das Problem ist... Wo kriegen wir jetzt Munition nach? Warte! Hast du ihn? Nee! Ah! Ich werd' beschost! Ich hab echt nicht viel... Komm, die müssen sitzen jetzt! Leute, die müssen sitzen! Leute! Wir haben schon zerhackt! Was ist das? Woher kommt das? Warte! Oh nein! Hast du noch Muni? Ich find halt hier oben... Ja, hab ihn! Oh! Letzten Schüsse, ey! Ja, komm runter! Warte! Soll ich runterkommen? Zu dir? Kriegst du das hin? Ja! Schaff ich! Geil! Okay! Wir haben einen zerhackt! Mehr können die Leute auch nicht erwarten, wa? Genau! Hier in diesem Haus hab ich meinen Kopfschuss verpasst! Schöne Erinnerungen! Ich dachte, wir laufen hier hoch! Zum Highgrounden! Achso! Ich wollte nur gucken! Hier war mal ne Kiste das letzte Mal! Nein! Nicht dein Ernst! Ich bin komplett... Oh nein! Du musst dann schnell was bauen! Du musst dann schnell was bauen, wenn er runterfährt! Ich schieße jemanden ab! Äh! Wo ist das? Ich muss mich erst mal heilen! Äh! Von Südwesten! Da oben, wo ich bin! Die kommen auf uns zu! Da oben? Ja, lass mal hochgehen! Macht schon Sinn! Ja! Wo ist er? Komm, wir gehen hoch! Kommst du hoch! Der Bitch! Ich baue dir hier auch gerne noch was! Na, ich versuch's! Na? Okay! Jetzt haben wir einen richtig dicken Highground! Jetzt sind wir nämlich die Highground Boys! Da sind wir ein gutes Team! Oh, ich hab keine Munition mehr! Komm, wir gehen runter! Aber... Kriegen wir hin! Okay! Wer holt den jetzt nämlich wieder? Ah! Oh, ich bin gestorben, weil ich vom Felsen gefallen bin! Okay! Jetzt holt er seinen Mate auch wieder! Alles gut! Kriegen wir hin! Ich darf nix verballern! Ich hab nicht so viel! Okay, das ist nicht gut! Ah, gehst du schon hin? Ja! Mit dir zusammen, dachte ich! Ach so! Ah, ja, ja! Genau! Ah, ja, ja! Da kommen sie! Oh, der geht richtig auf andere hier! Okay, ich bin runter! Jetzt! Ich hab keine Munition mehr! Ah, ich hab... Ne, ich hab den nicht gebrochen! Oh, je, wie ne! Ja, gut! Ich hab während dem Kampf auf eine andere Waffe umgeschaltet! Das war schon ein Anfang! Und bin sogar gesprungen! Und bin sogar... Bist du auch schon? Ja, ja! Naja, ich übel immer noch ein bisschen bis zum nächsten Mal! Wir üben noch mal so ein bisschen off-cam! Und du kriegst es ja auch ansonsten mal gut von Revi beigebracht! Schaut auf jeden Fall bei der Kelly vorbei! Die hat auch schon ein paar Fortnite-Videos gemacht! Ja! Das ist richtig! Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder! Dankeschön, Kelly, dass du dabei warst! Immer wieder Spaß mit dir! Bitte schön, danke für die Einladung! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Komm, tschüss! Tschüss, Leute! Bye! Das Video ist vorbei! Ist aber nicht schlimm! Like mein Scheiß! Und lass ein Abo da! Guck mehr Videos! Guck, guck mehr Videos! Mir fällt nichts mehr ein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!